Was ist da im Schrank? Einfach öffnen und mitnehmen Tür auf Oh Sauerstoff Blut Es geht mir wieder gut Ah es ist leer Ähm, gut Alles klar So, OP Waffe nachladen Hier kommt bestimmt noch mehr Meinst du? Ich denke mal Hinter dir! Hinter mir! Hinter mir! Hinter mir! Hilfe! Hilfe! Er hat keinen Kopf mehr Verdammt Axt Jetzt aber hier Vor allem die machen ja nicht mal Geräusche Die sind auf einmal da So Was ist hier jetzt? Eine Tür Ja, ok Geil Und Ein Fahrstuhl Ja, nice Warte auf Partner Hier Aber hier sind noch mehrere Hier ist ein Schrank Ja, ok Hier ist eine Tür Nehmen wir die noch zu Nehmen wir die noch zu Ja, lauter Muni auf dem Klo erstmal Sonst noch was hier in der Dusche? Der Endwander Nö, ok Nö, ok Oh Und runter Alles klar Oh, das geht auch schnell Ah Ah An der Wand Weg damit Ich treff's glaube ich nicht Das Sauerstoff links von dir Ist das so? Naja, wir haben ja noch Sicher, sicher hier Zack Oh Was haben wir denn da? Hm Es hat nur bumm gemacht Hier ist das bumm Eine Explosion In einem Sauerstoff armen Raum Ist doch nicht möglich Jaja Ja, warum ist es explodiert? Ja, weiß ich nicht Leiter wird vom Partner blockiert Einmal weil wir alle zu fett sind Alter, darf ich jetzt runter machen? Achso, immer noch Jetzt, dankeschön Ey geil, hier sind immer noch Explosionsdinger Ah Junge, ich hab nur noch einen Balken jetzt Wunderheilung, Erfolg Du Stück Scheiße Was ist das denn? Explosionsmodul Er bringt mich einfach um Ja, was ist ein Teamplay Ich muss, oh Irgendwas muss ich machen Ah Ah, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten Von hinten, von hinten, von hinten Liege Ah Hilfe Quicktime Ich komme Nein Rette mich Ich komme Junge Junge Ich bin wieder dort Junge, ich kann dich die ganze Zeit retten Ey, scheiße Schieß 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 Ich bin tot Verdammte Scheiße, Mann Verdammte Scheiße, Mann Verdammte Nachschlöcher sind da Was machst du immer, Mann Ich werde das immer angegriffen, während du an dem Modul stehst Ich wusste vor allem nicht mal, was ich an diesem Modul machen muss Äh Äh Müsst ja nicht dieses kleine Drecksy wieder kommen Äh 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 Alter, mein Herz, Mann Das ist ein, das ist ein bestes Spiel, wo gibt's Ja Rette mich, rette mich, rette mich Rette mich Ja, das ist ein Weiß Teamplay, das Spiel Ja Mhm Ups Boah geil, hier unten kann man was in die Explosion machen Guck mal, hier Hör auf Du bist so dumm, Mann Das hätten wir auch auf Gegner werfen können Zum Beispiel da meine ganzen Medikits verschwenden So, gleich müssen noch irgendwie Gegner kommen Hä, hast du Stars gemacht? Nö Lel Kurzschluss initiieren Ja, und jetzt kommen die Gegner wieder bestimmt Ja, da kommt schon das erste Mistvieh Ja, du musst dich immer gerade alleine machen, ne? Ja, ich geb mein Bestes Oh Weg mit dir Sterb Sterb doch Schaffst du das? Da kommt noch einer Nachladen, nachladen Sterb, 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 sterb Noch eine kleine Scheiße Komm, komm Komm, 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 komm Ich hab's geschafft Ich muss hier so ein Rätsel lösen Das ist fast so schwer wie so ein Sonnenrad-Rätsel Ich sehe wie du dich verbrennst Ja, ich weiß nicht, ob das richtig ist Anscheinend ja nicht Sauerstoff, nur noch 2 Minuten Der Balken füllt sich aber Das ist noch 110 Sekunden Achso, jetzt verstehe ich das Rätsel Achso Dankeschön Ja, ich hätte das in 15 Sekunden also lesen können Ich hab's halt nur falsch rum gemacht Super Wollte ja mal gucken, ob du auch alleine mal was schaffst Hm Keine Worte Was denn? Die ganze Zeit muss ich deinen Arsch hier retten Ja, das ist Teamplay Hauptsache, dass ich auch mal alleine was schaffe, Mann Teamplay ist das? Ja, ich merk schon Ich glaub, ich bin das komplette Team Ja Und Fahrstuhl fahren Geil Noch nie gesehen hier Das ist ne tolle Rüstung Ich nicht Und muss trotzdem alles machen Vor allem, ich hab diese Rüstung halt einfach schon mit besserer Panzerung versehen, ne? Geil Ist das hier erst das Klo gewesen? Ich hab mir einmal TP gemacht Bist du größer als... Shit! Ja, rede! Was ist mit mir? Ich weiß nicht was... Du bist größer als ich, glaub ich, ne? Ich weiß nicht Also, ich halt immer den Rücken so krumm Irgendwo ist hier was... Oh, über dir! Über dir! Über dir! Gute! Gute! Ehhh... Gute! Gute! die sind tot sieht so aus oh mein gott neben mir das hier ist ein fetter abwörter noch einer ich habe keine willi mehr hilfe sterbe glaube ich mit tod ich habe einfach irgendwie ist so bei mir so ein penis in mein bunt rein geflutscht das geht wie so ein penis in den so alles klar ja der hat ihn richtig gut nach unten reingetriebsotet ne da ist er gestorben so erstmal alles nachladen bevor wir da wieder reingehen das ist einfach auf uns zu gerollt wir sollten glaube ich mal öfter die stase benutzen ja ich glaube auch da genau das ist der der über dir ist ja jetzt gleich hier drin wäre stase bestimmt sinnvoll große waffe ausrüsten ich bin bereit ja ich auch vielleicht einmal hier noch da der fette mit ai mit ai ich muss nachladen ist da noch was hat es geschafft guck mal da fliegen sogar extra rum das ist ein richtiger axtwurf ist das guck mal auf die leiche da alter die wird wiederbelebt oh ii gut da verkleiden sich die verdammten hater jetzt schon als leichen die schmerzen ja da hört sich noch was leischig an weil ich blute mal kurz da unten sind kleine spielscher ach hey was wo 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 das fängt und der treppe fest alles gut ja geil hier können wir reingehen hier ist zeug drin hier auch ja nicht doch wirst du ist das der fahrstuhl nee hier waren alte fakte entdeckt sehr gut also wenn man drauf vorbereitet ist dass da was kommt ist schon mal eine andere Sache ja krass warten da ist nichts nee der hat einen anzug an der safe leute den anzug sind immer safe sage ich jetzt einfach mal so ja was mit der leiche der hat auf jeden fall keinen kopf mehr das wird ja immer spannender hier ein punkt ja ich glaube auch das ist das game geht jetzt weiter das ist einfach das komplette drachen game als spiel glaube ich nachladen und feuer ratet chip geil das hat sich ja schon mal gelohnt hier hin zu kommen ja das ist eigentlich mit dem hier kann man das kaputt schießen ne doch schon bringt irgendwie nix hier können wir wieder partner action machen ach dieses schwere rätsel wieder ja ist das schwere rätsel also zahnrad und so ne sieht ja auch so aus ach so es gibt einen weg sogar wenn man lang muss ich kann nicht oh alter ja das sind wir das rätsel verkackt das wusste ich nicht verdammt nackst ey das hätten wir aber auch mal sagen können dass wir nicht durch können wenn wir eins aktiviert haben immer überlegen so jetzt gehst du zuerst du gehst durch ja durch ich nehm den unten perfekt äh ich glaube das einzige was ähnlich leicht ist ist dieses hacken aus watchdogs das ist ein watchdogs habe ich noch nie gespielt ja ich habe gehört das soll aber so beschissen sein ja ist es auch was ist denn los mit dem hä was ist denn mit diesem roten guppi dildo jetzt gerade los gewesen oh Achtung hinter dir vor dir vor dir vor dir AHHHH verdammt nackst ey skippt doch geh doch weg nein heil dich heil dich oh ja stimmt irgendwo er lebe ich ich bin tot ich weiß es nicht wieso bin ich tot er war kein gegner ich komme ich komme ich habe keinen lebens scheiß mehr scheiße nachladen ich bin wieso bin ich denn schon wieder zu und das ist das denn ich komme wo wohnt das ah nein ich wurde festgehalten ich habe es gesehen oh man ey was ist das denn falsche ich habe ausgeguckt oh scheiße ihr seid mal Starse nutzen manchmal ja irgendwie schon ne oh mein gott Starse und wir lassen gemeinsam auf Gegner glaube ich gehen nicht irgendwie aufteilen ich bin schon jetzt mit dem Dinger mit dem Penis sind sie dafür zu stark ich komme ich komme ich komme ich komme jetzt bin ich tot wir beide wieder tot Alter diese Dinger mit den Stachel Schwänzen die sind halt einfach OP ok sofort Starse sofort ja so auf die Stacheldinger auf die Stacheldinger auf die Stacheldinger links 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 wo 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 ich sehe es nicht ich sehe es nicht ich sehe es nicht ah gut danke 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 oh scheiße Hilfe da kommt einer hinter dir angerannt Achtung ich muss mich heilen ich muss mich heilen noch einer Starse Starse ich muss nachladen an der Wand ach die Dinger schießen auch noch auf einen alter verdammte Eder was das nein da ist noch ein kleines Ding verdammte scheiße verdammte Axt das ist aber jetzt hart gewesen einfach darauf schießen können alter wir wollten den harten Weg nehmen immer wir geben nicht auf wir sind unbesiegt ich bleibe unbesiegt unbesiegt ich hoffe das hat mich auch gelohnt hier Mensch so liegt hier noch Zeug irgendwo hier ist eine Waffenstation ne eine Bank da haben wir was was ist das ist das ein Klo warum leuchtet das blau weh nicht das ist vielleicht ein Stasebuck soll sein ja noch was alter hier ist ja noch lauter Zeug gewesen ok wenn da alles abgeholt oh scheiße ich komme ich komme Explosionsmodul Platinen Ressourcen was das denn Wolfram haben wir bekommen also ich auf jeden Fall ich hab 10 nein ach das ist eine Platine die zwei Sachen hat so stehe ich auch gerade ja cool ja fand ich auch sehr gut cool cool was haben wir denn jetzt bekommen gehabt alles achso Explosions aber wo war das ich kann jetzt irgendwie einen schweren Standardrahmen machen ist das schlimm wenn ich da alles demontiere ich glaube dann kannst du halt andere Sachen dafür dran machen ja komm ich mach das mal einfach wir haben doch was neues bekommen einen neuen Kern Spitz ja das mit dem Upgrade ist eigentlich geil jetzt kann ich schon Munitionssammler und noch so da dran machen nö nö will ich aber nicht hä wir haben doch gerade irgendein Dings bekommen gehabt irgendeinen Kern hatten wir doch bekommen ein Explosionskern ja aber wo wieso Telematriebolzen herstellen nee Tesla Kern herstellen j ich bin etwas verwirrt ich auch vor allem weiß ich nicht wo diese scheiß ding sind ich mache aber jetzt auch mal ein schwerem rahmen ich habe irgendwie keine ahnung was der vorteil davon ist jetzt einfach drangemacht antrieb konische streuung kann ich herstellen auch mache ich einfach mal warum nicht auf jeden fall habe ich jetzt nicht wie eine neue waffe du kannst übrigens auch schadens clips herstellen schadens upgrades platin da was habe ich hier für ein kernplasmakern ja ich habe einfach meine waffen jetzt mal verbessert so ich hoffe das ist gut ich habe euch jetzt so eine was ist das denn ich habe voll die überwaffe alter ich glaube die hast du auch siehst du einen raketenwerfer raketenwerfer ja das ding hat nur sieben schuss alter ist das scheiße geil ich guck mal ich hab ja nein das ist das nicht hast du das ding hier ja genau das ding ich weiß nicht wie ich das gemacht habe aber ich würde sagen wir sind op ausgerüstet ne ich würde mal sagen ja du so wir müssen hier hinten dran gleichzeitig wieder jetzt haben wir noch mehr sachen bekommen kompakte konische streuung gut zeit umsonst verschwendet plasmakern konische streuung und munitionshilfe aber ist einfach mein ganz mehr wolfram bekommen 8 durch diese munitions entstehen munitionskiste diese werkzeugkiste bekommen wir das ach so aber wo kommt die werkzeugkisten ja die finden wir anscheinend auch einfach so gut und was kann man jetzt damit machen frag mich das nicht plasmakern genau konische streuung ich habe 49 wolfram und die ganzen sachen brauchen 50 ich habe auf jeden fall jetzt noch ein damage upgrade dran machen können das habe ich bekommen ich habe 47 warum machst du zwei mehr ich weiß nicht verdammten arschlöcher und munitionshilfe haben wir bekommen ok gut mehr kann ich jetzt noch nicht mehr ändern ich kann mal gucken was ich bei der anderen so gucken wir nochmal im safe ich habe fast kein heal mehr wir mal rein gut keine ahnung wird schon richtig sein war das hier warum wird mir jetzt nochmal plasma kern angezeigt alles klar hatten erwartet am schalter ach so warte 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 was ich habe jetzt eine pump gun gehärtete kurbel die an torque schlössern aus wolfram verwendet werden kann ah ok ne mache ich jetzt mal nicht ach keine ahnung ist schon alles gut glaube ich was die hier machen ja ich glaube auch krass ja einfach waffen ohne sinn und verstand herstellen das ist so ein bisschen wie wenn man borderlands spielt zum ersten mal oh dicker einfach mit der pump gun drauf oh mein gott das lebt ja immer die ist irgendwie total ungenau die pump gun kann das sein die fetzt die auf jeden fall ziemlich weg gut ok aber hat halt wenig muni ne ja ja hier waren wir schon dran ich glaube wir haben das schiff sogar fertig erkundet eventuell naja kommen sie den weg wieder zurück sagen sie ja oh mein gott das heißt oh mein gott oh dicke fette dinge mit einem schuss zerfetzt ah hinter mir hinter mir hinter mir ich habe das gefühl oh hinter dir hinter dir alter ah hinter mir hinter mir nochmal aber ich habe irgendwie das gefühl als würde ich keinen schaden machen sondern einfach nur die rum schleudern oh mein gott uff hä ich mache doch gar keinen schaden ich schleude die einfach nur rum ne die bekommen schon schaden ja weil die werden wir irgendwie nicht zerfetzt die dinge schießt du mit was schießt du denn das hast du als unteres ne ok ne du hast gar keine pump gun du hast einen plasma antrieb oben das schickt die nur hin und her es sind in der und ithe hört Gong viel work st αι